Schnellen Prozesse alle Nürzner so dann gleich hier weiter erste Bedeutung für die jene Prozent der Bühne gelaufen erbendet genauer so und eine bandage bitte genauer die noch kaufen okay so dann gehen wir jetzt mal zur zur ich habe den magen auch voll bekommen da kann man nicht nur nicht punkte kriegen fressen ein bisschen echt einmal her stimmt weil hier gibt es nur eine drücke so haben wir alle alle kleinen kräfte ablassen ja bis jetzt momentan die quest ja auch aber es kann ich einen wir haben wir jetzt geschafft wir haben zwölf von dem geschafft von der x7 die zahl wie sehr die alle momentan ein bisschen kleiner die quest weiß jetzt noch größer werden ich weiß gar nicht wie groß noch werden die beste quest die mit dem mit dem model die freiwillige mehr an die er werden werden wollte er er ist gelten ich denke wieder 4.000 um die verbeter am besten die anwand sehr viel mit hin und hergehen über die story zu gewandt das haben na ja auch cool gemacht an dennoch ist der umgegangen hier weg und jetzt bist du dann genau ja es waren die sache oder das war eine geschenke boxe mich was denn das okay hey kein problem Okay. Was? Was? Sollte ich, wenn ich wirklich meine Frau ist. Entschuldigung, hast du mich gehalten? Ah, ja, ich habe mich gehalten. Ich habe mich nicht gehalten. Ich habe mich gar nicht gehalten. Sollte ich... Sollte ich so? Kaohle und wir sind zusammen? Oder ist es ein Zeug? Nein, das ist nicht so großartig. Was? 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 Na, ich habe gesagt, dass ich mich für die Polizei. Was? Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF Oh, okay Untertitelung im Auftrag des ZDF Oh, wie nett Äh Freundlich Okay, wenn wir jetzt auch noch einen anderen Gegenspieler haben, als die, als die, äh Ne, ich glaube, jetzt sind wir fertig mit den, mit den Nebenquests, ne, erstmal, ja, ich glaube, ja Als, äh, hier, Richo Goda, also noch mal zum Geheimen, äh, Gegenspieler Dann wird es spaßlicher, wer, dieses ist die Frage, wer ist jetzt eigentlich unser eigentlicher Feind? Aber wir haben einfach einen, wer ganz, ganz Japan ist unser Feind Gut Ich habe, ich habe, ich habe dabei immer einen Schlüssel Ich glaube, ich habe noch einen Schlüssel gesehen Ich glaube, ich habe eben noch einen Schlüssel gesehen Tatsächlich Danke Oh, ich habe jetzt aber nicht gemerkt, was sie gesagt hat, das ist jetzt schlimm, wir hoffen Hm Whe He Was der jonka jonka jungen gespielt ja als er von gegner nein ich weckern sehr gut Oh, warte, so'n großen würde ich auch erfangen. Cool. Vier Punkte habe ich. Ja, 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 oh, es sind viele. Oh, ne, es sind keine viele. Es sah nur so viel aus. Oh, okay. Es sah nur so viel aus, okay, gut, stimmt. Nein, ne, ich darf zurück. Ja, 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 ja. Oh, okay. Geh! aber wird eine scheißrote katze ich hatte dieses spiel ich will kein großer fan von dem spiel das ist ein wenig der versuch ist im arsch oder? oh alter, der muss sich um eine blöde katze den fänden geben nein ah komm nicht mal alter muss ich das jetzt machen? okay danke oh Gott dann wow ja ich helfe dir ja 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 ok dann hätte ich dir hilfst du mir das ist doch hier tolles prinzip danke und jetzt nicht wollen okay ja ja wir haben haben sein Mädchen und wir holen sein Mädchen da raus und dann ist er und versuchen die Kostmann er wird am Laden bleiben sollen er war in die Fresse getreten naja so oh ich hab wieder hunger nice ich kann nicht mehr als 9 ok 10 ok 100 110 140 ah ich hab 10 zu wenig Mist ich versuche ja auch immer die Läden voll zu kriegen ah nee es geht ich krieg sie hinladen vor auch nicht wer fehlt ah Mist schade na gut dann machen wir es so ok man kann trotzdem essen ok man kann trotzdem essen die Kostmann die Kostmann ich bin überfüllt halt man kann auch überfüllt äh wo du ja das geht dann nicht mehr ach so es geht und dann gibt man noch negative Effekte und dann äh dann können wir das ja mal öfters machen dann krieg ich auch nicht Punkte weil ja 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 ihr beiden ich will mein Geld haben ja ich bin ich krieg's wieder mein Geld tut mir leid komm du komm du du ja noch einer nice wir zwei gefunden Gold. Gucken oder meine doch alle, mal gucken, weiß ich nicht. Äh, ich hätte, ah, hier, hier. Äh, okay. Okay, dein Geld. Oh ja, ihr wollt natürlich aus Maul, das war ja klar. Wir müssen mit ein kleines Mädchen aus, um mal rauszufinden. Oh, gegen uns kämpft. ich hätte es gedacht dass er oder er ist der hauptböseweg unter zweiter drache aber er hat noch niemanden eingeführt kann natürlich auch sein weil es hat zwar gesagt das ist nicht so ein stil und daher kann das nicht sein aber wir wissen es nicht hundertprozentig aber ja gut dass wir so die story sind so beschrieben da kommt man nicht drauf was die auflösung ist wo dann? ah klar und der letzte sehr schön merci ah sie se geht auch